Für das Baby von Katrin Krämer steht jetzt eine Routineuntersuchung auf der Kinderstation an. Dabei ist es die sechsjährige Ida, die eigentlich dringend medizinische Hilfe braucht. Aber das ahnt in diesem Moment noch niemand. Sie sind auch zufrieden soweit? Ja, alles gut. Ich bin wirklich glücklich, dass er sich so gut entwickelt. Der kleine Ben kam in Begleitung von seiner Mama und von seiner großen Schwester zu uns auf die Station. Ich kannte den schon vorher. Der war eine Frühgeburt, ist hier geboren, war eine relativ dramatische Geschichte. Aber dafür hat er sich ja wirklich toll entwickelt. Mir fällt hier gerade auf, dass die dritte Grundimmunisierung, die Sechsfachimpfung, noch fehlt. Ja, die haben wir noch nicht machen lassen, weil als dieser Termin war, da war er wieder fiebrig. Und dann habe ich in der Babygruppe gehört von den anderen Müttern, dass, wenn er fiebrig ist, dass die Impfung dann halt lieber nicht so durchgeführt werden sollte oder besser verschoben wird. Da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht. Nicht, dass er dann irgendwie krank wird dadurch, durch die Impfung. Ja, also es gibt schon klare Indikationen und Kontraindikationen, ob man jetzt impft oder nicht. Wir können den ruhig schon mal einmal hierher setzen, dann kann ich schon mal anfangen. Und grundsätzlich ist es halt so, dass, wenn die Kinder nicht sehr krank sind und hochfiebern, man eigentlich impft. Ich kann ihre Sorgen natürlich verstehen und die Sorgen haben viele, aber da brauchen sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass die Kinder überhaupt geimpft werden, denn gerade Kinder, die manchmal ein bisschen viel kränkeln und so weiter, brauchen diese Impfung umso mehr. Man muss halt eben verhindern, dass sie diese schwerwiegenden Erkrankungen bekommen. Und in Deutschland ist leider im Moment so ein bisschen der Trend zum Nicht-Impfen zu verzeichnen, sodass wir auch durch diese Herdenimmunisierung nicht mehr ausreichend Schutz haben. Gerade die Kinder, die zum Beispiel gerade nicht geimpft werden können, weil sie wirklich ernsthaft krank sind, sind dann wirklich gefährdet. Und natürlich auch gesunde Kinder, die nicht geimpft werden. Herdenimmunisierung ist ja klar, wenn alle geimpft sind, dann wird der eine, der nicht geimpft ist, nicht krank, weil alle anderen geimpft sind. Ist es jetzt schlimm, also ist es jetzt zu spät dann für diese Impfung? Nein, zu spät ist es nicht. Wir können das heute einfach noch nachholen, jetzt mit dieser O-Untersuchung. Und dann haben wir eigentlich nichts verloren. Bevor Assistenzärztin Tabia Rode den sechs Monate alten Ben impft, untersucht sie den Säugling eingehend und ist mit dem Allgemeinzustand ihres kleinen Patienten sehr zufrieden. Die sechsjährige Ida beobachtet das Geschehen aus sicherer Distanz und lässt sich nicht anmerken, dass es ihr schon länger nicht wirklich gut geht. Wie sieht es denn mit ihrer großen Tochter aus? Hat sie alle Impfungen bekommen oder fehlte auch noch irgendwas? Guck mal, meine Schwester hat auch schon alle Impfungen. Du musst mal. Okay. Ja, zeige ich dir, wo das ist, ja? Nachdem die Impfung dann vollzogen war und die U-Untersuchung auch gut gelaufen war, wollte ich die Familie eigentlich wieder nach Hause gehen lassen. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ben nicht der einzige Patient sein sollte, den ich aus dieser Familie an dem Tag hatte. Soll ich denn mitgehen? Nein. Nein, schaffst du? Hier vorne links, ja? Okay. Was ist denn? Ida? Was ist denn? Oh mein Gott. Hey, was ist los? Hey, Ida. Wir nehmen sie mal, ja? Was ist passiert? Ida, bist du hingefallen? Bist du gestolpert? Komm mal her. Du bist zwar ein großes Mädchen, aber komm mal zu mir auf den Arm. Da habe ich als erstes erst mal gedacht, dass es wahrscheinlich Kreislauf ist und vielleicht brütet sie irgendetwas aus. Es war relativ unklar. Normalerweise fallen sechsjährige Kinder nicht einfach um. Warum bist du denn jetzt hingefallen? Was ist denn passiert? Guck mal, ein bisschen nach oben gerutscht, ja? Hm? Ja. Da kann man einfach den Kopf was hoch. Kannst du einmal Fieber messen und Blutdruck? Ja. Hohlzeitig gerne. Was ist passiert? Ist dir schwindelig geworden? Tut dir was weh? Du hast ein bisschen Angst, oder? Du willst gar nicht so gerne mit mir reden gerade, ne? Ida, was hast du denn? Pass auf, ich untersuch dich einmal. Du brauchst keine Angst haben. Wir machen auch erst mal nichts, was weh tut. Pass auf. Wir gucken einmal, ob du Fieber hast. Und jetzt sehen wir, dass die Ida 38,0 hat. Oje. War sie krank in den letzten Tagen? Nein, eigentlich ging es ihr ganz gut. Okay. Sie hat nicht irgendwie über irgendwelche Schmerzen geklagt, oder hat irgendwas? Gar nicht. Sie war ein bisschen ruhiger als sonst, aber ich dachte halt, das ist jetzt ein bisschen auf Ben zurückzuschieben, bei den neuen Familienumstände, aber eigentlich, nee, eigentlich ging es ihr ganz gut, ja. Okay, also es ist nichts, sie hat nichts Besonderes gegessen. Dir geht's gut? Blutdruck ist auch in Ordnung, 120 zu 65. Ein Puls, ein 104er Puls. Also ein bisschen erhöht, ne? Aber ich meine, gut, vielleicht ist sie irgendwie aufgeregt, oder? Vielleicht hat sie das mitgenommen mit der Spritze gerade, weil er so geweint hat. Vielleicht auch das. Ich weiß es nicht. Also ich würde sie jetzt so auf jeden Fall erst mal nicht nach Hause schicken. Ich finde das ein bisschen unklar, gerade, was mit ihr los ist. Dir tut wirklich nichts weh, ne? Du sagst, es ist alles gut. Wenn dir was weh tut. Tut dir denn was weh? Nein. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen bei ihr oder irgendwelche familiären Erkrankungen, die gehäuft vorkommen? Ja, also nicht, dass ich wüsste. Ida war in der Babyklappe und wir haben sie selbst in der Familie erst seit anderthalb Jahren. Aber soweit ich weiß, gibt es keine Vorerkrankungen. Also nicht, dass wir wissen. Also sie wissen es eigentlich gar nicht ganz genau. Okay. Gut, dann kommen wir da jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Bleibst du ein bisschen bei uns? Nein. Ich will. Ida, mein Schatz. Geht zur Mama, ne? Pass auf, die Mama, die bleibt ja auch ein bisschen bestimmt noch bei dir. Darf ich hierbleiben? Klar. Also sie können auf jeden Fall mit ihr hierbleiben. Wir können da auf jeden Fall irgendwas arrangieren. Sie ist ja auch noch nicht so alt. Was machen Sie mit Ihrem kleinen Sohn? Aber meinst du musst, ich würde ihn zum Papa bringen, wenn das okay ist. Ida, Schatz, ich würde Ben zum Papa bringen und dir noch frische Klamotten. Schatz, alles gut. Alles gut. Und dann komme ich wieder, ja? Erst nachdem Pflegemutter und Ärztin mit Engelszungen auf sie eingeredet haben, sieht die kleine Ida ein, dass sie im Krankenhaus bleiben muss. Nachdem Katrin ihren Sohn nach Hause zu Ehemann Bastian gebracht hat, ist sie sofort zurück in die Klinik gekommen. Die Grundschülerin behauptet weiterhin, dass es ihr gut geht. Ihr allgemeinzustand zeigt jedoch deutlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Gott, du Mädchen, wie guckst du denn? Hm? Okay. 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 Mal ganz gut atmen. Das ist super. Ich hol jetzt mal die Ärztin. Das möchte ich jetzt einfach mal beobachten. Ida, setz dich mal aufrecht. Als ich nach der Ida schauen wollte und ins Zimmer kam, merkte ich schon, wie ihre Backen dick wurden und ein typisches Zeichen, dass sie sich übergeben musste. Sie hat dann noch Fieber entwickelt. Auf 39 war sie angestiegen. Und das war irgendwo so der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir unsere Stationsärztin rufen, die muss man da nachschauen. Denn das ist nicht normal. Ich habe das Erbrochene noch mal mitgebracht, falls die Tabea sich das anschauen möchte. Ja. Das schließen wir jetzt mal schnell an. Und dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal Fernsehen in deinem Bauch, ne? Kommt sie denn? Ja, kommt. Nee, nee. Nee, nee, sie kommt. Gut. Okay. Jetzt an. Das hast du doch schon mal gesehen bei mir. Das ist ganz was Schickes. So. Und hier kann man Fernsehen, da kann man sehen, wie es in deinem Bauch was sieht. Das hast du schon mal gesehen. Das ist nicht gut. Ist was passiert? Geht ihr nicht so gut? Hat gerade ein bisschen bespuckt. Sagt mir aber, dass es ihr gut geht. Okay. Gut. Ida. Was ist denn los? Erzähl mal. Was ist passiert? Tut dir doch was weh? Komm, wir machen einmal die Decke weg. Niemand kann sich erklären, warum das Mädchen sein offensichtliches Leiden bislang so vehement abgestritten hat. Dabei sind es nicht nur körperliche Schmerzen, die das Kind plagen. Die Grundschülerin macht sich große Sorgen. Und diese Ängste haben ihren Ursprung in Idas ganz persönlicher Lebensgeschichte. Der ist aber relativ hart. Hast du Bauchweh? Marius, du kannst ruhig sprechen. Sag, wenn du Schmerzen hast, bitte. Vergessen hat sie nichts. Gar nichts? Ist der schlecht? Ich habe dann auch nochmal auf den Bauch geguckt, was ich vorher ja ein bisschen versäumt hatte, dadurch, dass mein Fokus einfach auf etwas anderem lag. Bei der Bauchuntersuchung hat sich dann gezeigt, dass ihre Darmgeräusche anders waren als normal. Ich habe dann nochmal mit dem Ultraschall auch geschaut und habe dann eindeutige Anzeichen gefunden für eine ernsthafte Erkrankung. Das sieht aus wie eine Invagination. Das heißt, du musst eigentlich ganz schön dolle Bauchweh haben. Kann das sein? Wie lange hast du schon Bauchweh? Nicht lange. Nicht lange? Blutwerte kommen in einer Viertelstunde. Okay, also, das sieht ganz nach einer Darminvagination aus, habe ich ja gerade schon gesagt. Was bedeutet das denn? Eine Darminvagination, das ist, wenn sich ein Darmabschnitt in den nächsten stülpt, sozusagen. Da wird dann der Darm abgedrückt, da werden dann auch die Gefäße abgedrückt, dann funktioniert die Durchblutung nicht mehr so gut und dann kann der Darm eben mit der Zeit auch absterben. Normalerweise kann man das ganz gut konservativ behandeln, indem man einfach einen Einlauf macht mit ein bisschen Wasser und dann ist es oft so, dass der Darm wieder zurückrutscht in die richtige Position. Komm, ich denke nicht mal wieder zu. Eine Darminvagination ist eigentlich etwas, was nur bei kleinen Kindern unter einem Jahr vorkommt und dort am häufigsten ist. Dass es ältere Kinder betrifft, ist relativ selten. Natürlich kann es auch ganz viele andere Gründe geben für Bauchschmerzen, die hier sicherlich erstmal wahrscheinlicher gewesen wären. Das heißt, wir haben ja eigentlich so eine Art Kolibri, wie wir das sagen. Symptome sind da auch sehr unspezifisch. Man hat Bauchschmerzen, oft kolikartige Bauchschmerzen. Das kann natürlich dann im Folgenden auch zum Erbrechen kommen. Stuhlschwierigkeiten von diverser Art kann man auch haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die erstmal schwer zu deuten sind und man muss dann einfach gucken, woher kommt es eigentlich. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir das behandeln. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal alles für den Einlauf. Das könnten wir gleich einmal zusammen alles vorbereiten. Und dann machen wir das hier drin. Das Gerät kannst du hier lassen, weil wir brauchen das ja noch. Ach so, unter Kontrolle, natürlich. Unter Kontrolle. Auf jeden Fall. Kann sie dabei bleiben. Ich bin bei dir, okay, mein Schatz. Die Worte ihrer Pflegemutter können Ida nicht beruhigen. Die 6-Jährige will weiterhin trotz schlimmer Schmerzen lieber nach Hause. Der dringend notwendige Einlauf wird aber kurz darauf unter Narkose vorgenommen und bringt den erhofften Erfolg. Als Mama Katrin auch am folgenden Tag am Bett ihres Pflegekindes wacht, scheinen eigentlich alle Probleme aus der Welt zu sein. Na, das ist ja gut, dass du wach bist. Ida, geht's dir denn besser? Hast du noch Bauchweh? Nein, ehrlich. Gar kein Bauchweh? Das klingt auch das erste Mal so richtig resolut. Pass auf, wir würden noch einmal untersuchen und nochmal gucken, ob mit deinem Bauch alles in Ordnung ist. Aber erstmal sieht's ja ganz gut aus, dass das so Besuch kommt da. Also, wir waren gerade dabei zu besprechen. Wir hatten ja versucht, das Ganze konservativ zu lösen. Das hat auch ganz gut funktioniert, denke ich. Wir machen aber jetzt noch mal eine Kontrolle, wir gucken uns das noch einmal an und dann werden wir es gleich wissen. Es ist schon noch mal so, dass man danach nachbeobachten muss, denn es kommt schon in regelhaften Fällen auch zu einem Rezidiv, also zu einem Rückfall, wo das Ganze noch mal passiert und wo man dann wieder handeln muss. In Idas Fall ist alles super gelaufen. Wir hatten kein Rezidiv, es hat super funktioniert, wir konnten die OP umgehen und es ging ihr schon sehr schnell sehr viel besser. Sag mal, warum hast du eigentlich jetzt so lange nichts gesagt? Du musst doch schon ein bisschen länger Bauchschmerzen gehabt haben, oder? Wie macht es denn ein kaputtes Kind? Oh Gott. Was? Aber warum denn kaputt? Schatz. Ich glaube, Mama und Papa haben dich schon ganz schön gern. Aber, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu selten, zu wenig um dich gekümmert, weil jetzt Ben da ist auf der Welt. Es tut mir so leid, ich hätte mich viel mehr um dich kümmern müssen. Ich hätte für dich da sein müssen. Warum denkst du, dass du ein kaputtes Kind bist, kleines? Als sie in dem Bad waren und nochmal was zu essen geholt haben, haben wir zwei uns ein bisschen unterhalten, die Ida und ich. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie sich sehr, sehr wohl fühlt bei ihnen und dass sie sie ganz doll lieb hat. Wir haben dich auch ganz lieb. Ich glaube, sie hat Angst, dass sie wieder abgegeben wird. Und sie hat einfach Angst. Also ich weiß es nicht, aber... Hast du die Angst? Die Angst musst du aber nicht haben. Aber wir haben doch jetzt Ben. Wir haben zwar Ben, aber wir hatten dich und haben dich die ganze Zeit gehabt. Und deswegen verkündete ich eine Überraschung. Ich habe damit gewartet, bis die ganzen Papiere geklärt wurden. Aber wir haben schon, nachdem Ben geboren wurde, Adoption von dir beantragt. Und wir werden dich und wollen dich und dürfen dich adoptieren. Jetzt sind wir eine Familie. Eine richtige Familie. Du bist unser Kind. Du bist unser Kind. Immer gewesen. Und wir lieben dich ganz, ganz, ganz toll. Genauso wie Ben. Genauso lieben wir dich. Und wollen dich immer für immer bei uns haben. Ja? Möchtest du das? Das ist doch unser Sonnenschein. Schön. Ja. Dass so ein kleines Mädchen, die ständig rumgereicht wird, sich mit diesem Nichtbescheidsagen in Lebensgefahr gebracht hat, das hat sie natürlich nicht gewusst. Dafür war sie zu klein. Umso schöner war es, als es ihr dann besser ging und der Vater wirklich eine gute Nachricht übermitteln konnte. Da sah man dieses Leuchten in den Augen und das war für uns alle ein rührender Moment. Zwei Tage später konnte Ida die Klinik gesund und munter verlassen. Nachdem die Grundschülerin in den vergangenen Jahren von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht wurde, hat das Mädchen endlich ein liebevolles für immer zu Hause gefunden.